Hallo, herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal des Stifterverbandes. Was es hier zu sehen gibt und warum man das auf keinen Fall verpassen sollte, erkläre ich jetzt. Bei uns gibt es in erster Linie mal Interviews zu sehen, und zwar Interviews, die sich richtig Zeit für die Themen nehmen. Es sind Interviews, die wir mit Wissenschaftlern und Forschern führen, mit Medienschaffenden, mit Autoren, Publizisten oder Politikern, aber immer mit Leuten, die wirklich was zu sagen haben. Und thematisch geht es halt um Fragen der Bildungsgerechtigkeit, um das Bildungssystem insgesamt, wie sich die Hochschulen weiterentwickeln, ob wir Ökonomie neu denken müssen oder letztlich auch um Fragen der Zivil- und der Bürgergesellschaft. In Zukunft werden wir nicht nur die klassischen Interviews bringen, sondern uns auch mal am neuen Format der Google Hangouts versuchen. Frisches Videomaterial gibt es bei uns immer montags und donnerstags. Wer sich für Bildung, Forschung und Wissenschaft interessiert, der ist bei uns genau richtig, weil er ständig neue Anregungen bekommt. Wir bereiten in den Videos die komplexen Themen so auf, dass jeder Mann und jede Frau sie verstehen und auch unmittelbar kommentieren kann. Alle, die sich für unsere Themen interessieren und in Zukunft nichts mehr verpassen möchten, sollten unseren Kanal abonnieren.